Hilft mir! Oh! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 5 im Koop immer noch mit Zocker Andy! Und Miss Fortuna AP! Wir sind ja im Marschland, sind wir nicht? Och, ist das nicht schön? Ja, und marschen hier durch die Gegend. Wir marschen hier durch die Gegend. Das sind noch 2D-Bäume? Gucke ich gleich mal. Das sind 2D-Bäume. Ich wollt grad sagen, die sehen los und kacke aus. Wir mussten das jetzt alles nochmal spielen. Also die 2 Sachen hier mit den 2 Dingern. Ja, ja. Und wir haben uns vorher im Menü nochmal neue Pistolen gekauft. Wir haben jetzt die, wie heißt die? M8? Ja genau, so heißt die. Die heißt H&KP8. Die heißen Honey und Nanny, die Waffen. Ich hab Honey. Ich hab Nanny. So, und hier gibt's ja immer so Käfer, ne? Einen haben wir übersehen gehabt, glaube ich, beim letzten Teil. Also beim letzten Mal. Den haben wir aber jetzt eingesammelt dafür. Oh mein Gott. Nachdem ich dir beim grade spielen die Munition verwehrt habe. Geklaut wäre besser. Ähm. Und vor allen Dingen, ach Mist, jetzt hab ich die Shotgun nicht mit, ne? Shotgun! Shotgun! Ach guck mal, ihr kommt mal an, wie man halt haut. Ja, grade hab ich noch mal ein Dokument. Komm her, du Hühnchen! So, grade hab ich noch mal ein Dokument gelesen. Über... Beziehungsweise überflogen. Wer das lesen will, muss an der Pause drücken. Ach guck mal, du bist... Du bist selber voll die Aids da. Es ist immer noch heiß. Wofür... Spool benutzt? Ach ja. Es ist so heiß wie ein Vulkan. Wollen wir reingehen? Nee. Die, die ich kaputt mache. Die ist wohl nicht so für dich. Mein Gott. Ein Wunder, dass du die nicht wieder geklaut hast. Warte mal, das hier kann man glaube ich auch kaputt machen. Ja, dann kommen Edelsteine raus. Brennende Kacke. Was? Brennende Kacke? Wo? Ja, wir hatten vorher goldene Kacke. Hier haben wir Brände. Boah. Furchbar glühende Kacke. Glühende Kackehäufchen. Yeah. Ja, und wir müssen natürlich erstmal alles in Ruhe durchsuchen. Genau. Wir müssen uns erstmal ausrüsten, weil wir ja so wenig haben. Für mich. Boden. Ach da! Ich bin auf dem Tisch. Frisch auf dem Tisch. Oh mein Gott. Das ist aber kein Tisch. Bist du blind oder was? Ich hab nicht... Ach so, das ist halt ein Regal. Na gut. Das ist ein abgefucktes Holzteil. Du isst gar nicht an... Was ist das für die komische Wurzel? Wo ist der Baum dazu? Äh... Also wenn das der Baum dazu sein soll, ergibt das keinen Sinn. Doch. Es ergibt alles Sinn. Wir sind hier bei Resident Evil. Du weißt, was passiert. Ja, aber erst wenn wir das Ding eingesammelt haben. Ach so. Was ist das hier? Also wir wissen natürlich überhaupt nicht, was passiert. Mardin. Kebab. Kebab. Ich glaube, ich nenne die nächsten Teile einfach nur noch Kebab. Teil 1. Kebab Teil 2. Ne, oder? Äh... Huhn Kebab. Fisch Kebab. Lamm Kebab. Indianer Kebab. Majini Kebab. Kebab überall. Ach hier muss ich dich schmeißen, ne? Juhu. Warte, ich muss ganz kurz gucken. Welche war zuerst? Ich glaube erst die hier am besten. Jo. Okay. Na komm, hopp. Ah, ich bin voll modern. Oh mein Gott. Das ist so modern. Das war sogar die richtige. Jawohl. Sehr gut. Ich bin so heiß wie Alvokan. Oh, fang tue ich dich nicht. Das war Recken. So. Ich bin ja auch nicht, ich bin ja auch nicht Ashley. Lups. Das war so geil mit Ashley. Ich komme hier nicht runter, ich kann die Leiter nicht benutzen. Bist du dumm oder was? Genau. Ich kann keine Leiter benutzen. Ich bin so arm. Oh Gott. Jetzt hätte ich die, äh, den... Warte, ich schmeiß ne Granate. Okay. Jetzt hätte ich das Ding benutzen sollen, äh, haben sollen. Nein! Ach, ich treff nicht. Wir können doch einfach rausrennen. Komm. Du bist doch nicht feige. Nein, 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 ich schmeiß ne Granate! Okay, ähm... Hilfe, ich wurde aufge... Au. Oh, ähm... Die so auf mich aufgespießt. Du, ah, danke, du hast mich gerecht. Wieso kann der sich wieder... Ach, guck mal, jetzt habe ich ihm seinen lächerlichen Putzlappen vom Kopf geschossen. Die Lusche! Ach, der unterdient. Ach, wie Chris einfach nur mit seinem Stahlfuß jemand so den Kopf zertreten kann. Das war dumm. Ey, was war... Was war das denn? Wir müssen uns immer gleichzeitig nach der Kohle bücken. Ja. Das ist schon wieder so einer, der einen ausspießen kann. Die sind böse. Warte, ich hau ihn! Komm! Hast du noch ne Granate? Dann benutzt die jetzt. Oh, ich wollte den Typen jetzt aber... Oh man, okay. Äh... Oh shit! Ach, die hab ich wirklich geschmissen? Ich war mir nicht mehr sicher. Nein! Du hast mich im Stich gelassen. Ich guck mal, mit ihm stimmt was nicht. Äh, weg hier! Weg hier! Du stehst im Weg! Ja komm, renn einfach! Ja komm, renn einfach! Instant kill, die Schweine! Ohhhh! Hast du noch ne Blankgranate? Ne, leider nicht. Ich hab überhaupt nichts. Okay, dann hauen wir einfach ab. La la la, tralala. Haben wir dann überhaupt gekämpft? Ne, warte mal, wir gucken von hier. Warte, ich hab noch nen Schärfschützengewehr. Ah ne, meine... Jetzt hab ich die Granate geschmissen. Ohhhhh! Ohhhhhhh! Ohception! Guck mal, der hat mir noch Muni gegeben. Guck mal, Putzlappen war auch willkommen. Hau ihn! Äh, Hilfe! Okay, na, auf! Ha-ha, fetche Taste! Guck mal! marketedarweise Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Bleib stehen, nicht bewegen jetzt! Ach, scheiße. Ah, ne, den hab ich getroffen, cool! Da sind auch noch zwei. Ja, ja, ich seh's, ja. Ne, den hab ich verfehlt. Warte, warte, warte. Putzlappen? Wer sehen will, was Mr. Toneller da grad macht. Was war das? Da ist irgendwas explodiert, irgendwas Großes. Ach, ne, da! Okay, ja. Wer sehen will, was genau sie da tut und wie schön sie die Headshots verteilt, muss jetzt bei ihr gucken. Jawoll! Oh, voll, die halben Atombomben hier, was soll denn das? Der ist auch tot? Warte mal, da drüben ist noch... Zwei. Boah, ne, fahr einfach. Die haben keine Armbrust mehr. Okay, jetzt. Kchu! 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 Wenn die doch auf uns schießen... Oh, okay, die haben doch ne Armbrust. Oh, warte, ich bleib stehen. Ja, aber auch nicht zu dicht, ne? Ja, das war jetzt der. Guck mal, wo ich hinziehe. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Äh... WTF? Die haben nicht nur ne Armbrust, die haben richtige... Grinst der mich so frech an, ey? So, tot. Alle tot. Ist doch gar keine Munitionsverstandung. Na und? Wenn man aufräumt, dann richtig. So, jetzt fehlt ja nur noch ein Teil und dann können wir ja durch diese komische Tür da... Was, dann können wir schon wieder durch die Tür? Ich will aber nicht durch die Tür! Ich will jetzt Spaß haben! Wir haben die doch, wir haben doch viel Spaß! Ganz viel! Ganz viel, ja! Guck mal, wie toll ich fahren kann! Oh, du kannst so toll fahren! Man könnte fast denken, du bist ne Frau! Hallo? Weißt du, was ich dazu sage? Wo bist du? Komm mal her, komm mal her! Das willst du keinen! Vor allem, wie du mich mit deinem Messer einfach mal so zerstückelt hättest, dass ich auseinandergefallen wäre! Was ich für ein riesen Messer in der Hand hab, ey! So! Da ist Munition für dich! Oh ja, Munition! Munition! Was ich gerade alles verbraten hab, an diesem Blödsinn da! Oh, guck mal, hier kann man ja reinspringen! Geil! Da spring ich einfach mal rein, weil ich's geil find! So! Ach, hier kann man, glaub ich, noch irgendwo einen Käfer sammeln, oder? Ich glaub, Chris findet... äh, egal! Ja, hier ist ein Käfer! Tralala! Blup! Käfer! Huio, Papa! Die Käfer sind ja auch so was, was man sammeln kann, so ne Sammeln und verkaufen kann! Oh, guck mal, was ich gewunden hab! Oh, wo hast du denn das hier von? Das war hier! Du sollst doch warten, bis ich auch da bin! Wo war das? Das fang hier oben rum! Okay! Hat sich gefreut, aber hier ist gar kein Teil! Bin ich bescheuert! Nö, das ist nur ne Loot-Insel wahrscheinlich! Oh! Na toll! Boah, Andi, ey, wie du wieder alles versaut hast! Guck mal, hier ist wieder so ein Zementhantuch durch, dass man nicht durchrennen kann! Zementhantuch des Todes! Zementhantuch des Todes! Das ist ganz schön steif! Ja, ne? Steife Brise! Ich wollte auch grad sagen, weht hier ne steife Brise! Tja, hm, da weiß ich aber nicht, wohin wir jetzt noch fahren müssen! Jetzt bin ich verwirrt! Hm, ähm... Wir waren noch über... Waren wir da ganz unten? Oder... Ne, wir waren noch nicht... Ich weiß wohin! Ganz unten waren wir nicht, oder? In dieser... Da, wo man richtig reinfährt, da waren wir noch nicht! Genau, da will ich jetzt auch hin! Dieser lange Weg da rein, ja! Wo muss ich das eigentlich machen? Weil du die Frau bist! Mäh! Ich bin gar keine Frau! Hallo, wir haben... Hallo, wir haben... Ich bin gar keine Frau! Du wolltest... Ich hatte eine Geschlechtsumwand von... Guck mal, voll die Leitung hier, die Stromleitung! Ja... Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll! Ah! Was? Wir werden alle sterben! Erzähl mal nicht so'n Schmarrn! Ach ja, das ist die Stelle, wo man hier alle überfahren kann, dann... Also dann nicht schießen, ich überfahre die dann! Jaja... So wird so'n Thema sichere Autofahrer... äh, sichere Bootsfahrerinnen, ne? Alles, ich überfahre die alle! Was? Ich dachte, wir spielen GTA? Spielen GTA! Nein! Das gibt's doch nicht! Mann! Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir dasselbe denken! Warte mal, hier irgendwo muss ich mal abspringen, hier ist ein Käfer irgendwo! Nein, spring mal ab, während ich fahre! Viel Spaß! Ah ne, ich kann gar nicht abspringen, wir müssen am Steg halten und dann müssen wir ins Wasser selber warten! Ah, hier irgendwo gehen wir... Lass mal noch zusammen nochmal schnell, oder ich geh alleine, ist mir egal! Ne, lass mal zusammen machen! Äh, nochmal schnell ins Wasser rinnen hier! Kann man das überhaupt? Ja, irgendwo kann man ins Wasser springen! Okay, hier jetzt noch nicht! Bist du bereit? Jaja! Bereits! Zu jeder Zeit! Euch wünsch ich, ich hätte doch die Shotgun mit! Shotgun! Oh, geil! Kebab! Oh, Fischkebab! So ganz verschiedene Sorten! In ekel und in richtig ekel! Oh, der Gute mit den Stückchen! In ekelhaft und richtig ekelhaft! Hm... Was ist das, die Kaffeebohne? Guck mal, das ist ne fette Schatztruhe! Aber die geben wir noch nicht rüber, ne, oder? Guck mal, die nehmen wir zum Schluss! Ich hab aber... Oh! Ähm... Ein Muffelbitches bitte! Und der hinter uns wartet schon! Kebab des Todes! Ich hau die ja alle mit meinem... Ich hau die ja alle mit meinem Messer weg! Wie lächerlich sind die denn bitte! Und die hauen dich weg! Oh, ich hab dich grad voll geschützt! Oh, jetzt hätt ich echt die Shotgun... Ich hätt so die Shotgun jetzt gebraucht! Und die Granate vor allen Dingen! Scheiße! Sei tot! Das ist alles einfach schlimm! Ach, Quatsch! So, krieg... Au! Ich bin gleich... Nein! Jetzt aber! Bumm! Ich hab keine Munition gehabt! Verdammte Achse! Blitz! Schlitz! Und du kriegst auch noch einen Schlitz! Schlitz! Und du kriegst Schlitz! Schlitz! Und du kriegst Schlitz! Nein! Ich renn weg! Tschüss! Ich fahr ohne dich weg! Ich hab keine Lust auf dich! Du kannst die echt mit Messer besiegen, ganz einfach! Wenn du einfach wartest, bis die einen Angriff machen wollen! Und dann schlitzt du die mit dem Messer! Ach du Alters! Hilfe von hinten! Von hinten mag ich ja gar nicht, ne? Aha! Aha! So, so... Manni, wir müssen... Ja! Bei mir steht grad, dass jemand irgendwas macht! Ja! So ne Schweinerei! Ich muss mich schnell selber heilen jetzt! Bist du tot oder nicht? Nee, okay! Der Typ ist auch geil! Weil der sieht, dass ich mich heile! Was macht denn der hier? Was machst du denn, ey? Ah! Verschwinde! Wo ist der andere Idiot jetzt hin? Ich hab deine Munition eingesammelt! Ich bin gleich tot! Ist nicht! Ich bin ja wieder da! Nicht schießen! Was? Nicht schießen! Was soll ich denn sonst werden? Oh! Ich sterbe gerade! Alter, was war das denn? Hilfe! Hilfe! Was soll ich denn jetzt machen? Achso, ich muss dir helfen! Ja toll, schlag mich! Ich hab dich nicht geschlagen! Oh! Ich schieße! Ich schieße! Fokus um und die zocken! Toll! Ich muss mich irgendwie heilen! Tralala, tralala! Oh shit! Und du kriegst das wieder ab! Äh! Bist du schon wieder fast tot? Ja! Was für ein Frechdachs hier! Jetzt nicht mehr! So! Und dann immer schön ran und hauen! Immer hauen! Immer Kopfschuss geben und hauen. Immer Bitch slappen. Da stehen die richtig drauf. Och nö. Was ist das denn? Das können wir ja noch gar nicht... Okay, ich muss gleich nach dem Kampf mal was machen, weil das ist gerade irgendwie nervig. Mich interessiert das nicht, dass hier irgendjemand irgendwas spielt oder benutzt. Moment. Hast du Steam an oder was? Ja, das kann man doch bestimmt irgendwie ausmachen. Warte. Ja klar, einfach dich offline stellen. Das ist mir zu doof hier. Moment, Entschuldigung, dass ihr das jetzt seht. Oh, das sehen jetzt alle. So, ihr habt jetzt auch meinen Namen gesehen. Ihr könnt mich gerne stalken. Ihr könnt mich gerne mal am Arsch lächen. Das habe ich nicht gesagt. Sag mal. In dem Fall hast du mal schön den Schatz gekrallt. Ja, natürlich. Ne, warte mal, haben wir das Haus hier schon durchsucht? Wir sind noch gar nicht zu irgendwas gekommen. Komm her. Ja, lass mal zusammenbleiben am besten. Wir kämpfen echt beschissen, weil wir bleiben auch nicht zusammen. Du bleibst nicht zusammen. Ja, aber du rennst so komisch. Was? Wenn ihr jemand komisch rennt, dann du. Ich nehme doch gar nicht. Ich nehme die Pistolenkunde und höre zu jammern. Du jammers. Ich habe gar nicht. Unmöglich hier schon wieder. Boah, ey. Aber hier irgendwo muss doch auch noch dieses Ding sein. Ich habe es gefunden. Da geht jetzt bestimmt gleich nochmal die Post ab. Warte erstmal. Lass erstmal kurz runter gucken, ob wir noch runter gehen können ins Wasser. Weil eigentlich meine ich, dass es da noch irgendwo ging, dass man runter gehen konnte und sich hier den Käfer holen konnte. Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Käfer. Also da vorne war das. Oder ist hier noch so ein Zwischensteg, wo man nochmal anhalten kann oder so? Ach nee, wir müssen da ranfahren, glaube ich, mit dem Boot. Und dann kann ich den aufsammeln vom Boot aus. Das könnte sein. Glaube ich. Aber erstmal Fischkebap. Fischkebap. Mit Heutstückchen. Ich gucke mal von hier schon mal. Oh, der Gute mit den Stückchen. So. Ich glaube, da bei den bunten Blumen. Bei den bunten Blumen. Gibt es was zu holen? Nee. Ich hole mir jetzt das Ding. Ja, mach es. Warte, ich komme zu dir, damit wir nicht gleich wieder an völlig verschiedenen Orten stehen. So, Tafel des Krieges. Und weg hier. Jetzt reinhören. Champignons. Was, Champignons? Sind lecker. Pizza-Fummi, juhu. Jetzt hätte ich auch mal wieder Lust auf Pizza. Ich habe dann keine Pizza mehr gegessen. Was? Ach ja doch, zu Weihnachten. Äh, äh. Es ist auch schön, wie sie sich umdreht und sie wieder sagt, beeil dich. Also wo? Fahr mal langsam geradeaus. Ah, nicht so schnell. Fahr mal ein bisschen. Ich gucke mal. Oder ich irre mich. Aber fahr mal. Fahr mal, fahr mal, fahr mal. Ja, das kann ich nicht. So langsamer geht es nicht. Geht nur schnell, ne? Nee, das passt, das passt. Hier ist nix. Okay, weiter. So, jetzt fahr mal hier ein bisschen an die Blumen ran. Mal gucken, ob ich da was sehen kann. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's auch. So, warte. Hä, wieso hat er sich gebückt? Weiß ich auch nicht, weil er drin ist. Wir können jetzt nicht schießen. Ich mach das. Ich mach das. Du haust die alle weg. Ich werde zwar nicht alle treffen, aber... Äh... Du musst doch zweimal schießen, glaube ich. Ah, ich muss snipen, ne? Ein paar Mal auf jeden Fall. Ich muss ausweichen. Nee, aber... Boah, aber ich kann nicht schießen, wenn du fährst. Eins hab ich. Na, daneben. Warte, 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 warte. Ich muss... Fahr mal ein bisschen weg. Mischst du dich dran. Auf Abstand. Ja, 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 ja. Was denkst du, was ich hier... Wow, Gemüse! Was, Gemüse? Und zielst du denn? So, da hab ich ihn gezielt. Wir müssen den im Turm kriegen. Der schmeißt die Bomben. Boah, ich seh gar nicht. Ach da. Boah. Okay, Andy, fahr, fahr, fahr. Der hat die Bombe geschmissen. Wir müssen weg. Okay, jetzt nochmal. Okay, jetzt, ja. Schnell! Hab ihn. Ah! Biss! Alter, ich fahre. Ich hätte nur den töten müssen. Na toll. Ach da, jetzt nicht schießen, ich mach die Tote. Okay, du machst die Tote. GTA! Aber wenn dann alle. GTA! Wie früher, die Nutten... Also in GTA, ne? Einmal. Ich hab auch noch und ich auch. Was wirkt ihr euch eigentlich? Mein Streit! Hab ich alle getötet? Hab ich alle getroffen? Cool. Und weg hier. Du bist ja so eine Bestie. Keine Lust mehr auf... Ah, schieß hier. Ja. Das sind alles Penner, ey. Wenn man durch ist, ist man durch. Ja, echt mal. Die waren richtig durch. Ey, aber richtig. Sieht so aus, ob es gleich regnet. Was? Oh ja. Nicht regnen. Dann wären wir beide wieder depressiv, weil Sheva und Chris sind nämlich extrem depressiv. Ja, so depressiv. Warte mal, bevor du das Tor öffnest. Ich glaub, hier war vielleicht auch noch irgendwo was. Hallo, ich hab grad meine Zerstörungswut wieder freien Lauf gelassen. Lass mich mal mit Silence. Okay, nee, hier ist nix. Doch. Kebab! Soll ich drücken? Wie ich dich selber wegsch... Wie wir uns gegenseitig weggeschoben haben, Junge. Junge. Oh, nee. Was war das? Roger. Roger. Roger ist mein zweiter Vorne. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Obwohl 18 Minuten, da spielen wir noch, ne? Ja, ja, das kriegen wir noch hin. Voll in die Gülle. Rinn in den Gulli. Das ist zur Abhärtung. Darum ist einer, der schießt. Wo ist der denn? Ach, da! Du hast die... Hi, Mäuschen. Ich explodier gleich. Oh. Oh, jetzt ist er tot. Natürlich nicht, er schläft nur. Ja, natürlich. Oh, jetzt war geil. So, also bevor wir da runtergehen, würde ich sagen, wir bleiben kurz mal. Ich weiß ein paar, wo du bist. Ich bin den Weg weitergegangen. Ach so, du bist die Treppe hoch. Ach so, hallo. Ich würde sagen, bevor wir da runtergehen, gehen wir aber erst mal ganz kurz hier hin. Ich weiß nicht, ob es irgendwas ändert. Aber es wäre schön schön, wenn wir uns mal in Ruhe umgucken. Oh ja, hat jemand einen Leoparden getötet. Der Leoparden! So, dann habe ich ja Far Cry 3. Oh ja. Töte einen Leoparden für deine Tasche. Den kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Ja. Und vor allen Dingen hast du mal probiert, Leoparden zu töten? Alter. Das ist die Katastrophe. Ey, die machen dich ja richtig fertig. Du ballerst mit einem Maschinengewehr dein ganzes Magazin drauf. Und der geht nicht in die Knie. Nö, der kommt doch noch auf dich zu und lächelt dich an und sagt, Munition! Magne Munition! Oh, Magne Munition! Ja, ich komme doch gleich, Mensch. Oh, ich mache mal, ja. Oh, Munition vermisch! Komm, hier nehme ich ganz klassisch von der Seite. Warte! Aha. Hau mal die Fackeln kaputt. Ja, toll. Hau mal die Fackeln kaputt. Das geht nicht. Manchmal liegt es in irgendwelchen Fackeln oder so, liegt aber auch irgendwo noch Edelstein oder bei irgendwas. Du hast gesagt, ich soll es kaputt machen. Du bist schuld. Nein, das ist für Gegner. Mach das nicht, mach das nicht. Das ist für Gegner. Wenn Gegner kommen, kannst du das Teil runterschubsen. Dann kommen die nicht hoch. Also dann... Zuerst mal, ähm... Genau, das wollte ich gerade sagen. Habe ich noch Heilo? Soll ich dich heilen? Ich habe gerade welche gemacht. Nee, heil mich nicht. Gut, dann stirb halt. Verreckerl. Das ist mir doch egal. Können wir schon hier... Nee, da nicht rein, ne? Nee. Hier ist noch was. Aber eigentlich haben die sich... Ist das ein Mensch? Wer tut so etwas? Alter, guck... Was war denn das? Ich wurde aufgespießt. Was? Hörst du das auch? Ja. So ein... Äh, was hast du getan? Was hast du getan? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich habe Gold aufgesammelt. Chris, du bist schuld. Du bist schuld. Okay, dann kannst du jetzt auch da reinrennen. Los. Geh da rein. Ich will da aber nicht reinrennen. Ich bin hier hoch. Nein, du musst da rein. Ja, okay, geh da rein. Ja, Mann. Geh jetzt! Werde ich jetzt hier hochgespießt und sterbe? Nein. Nimm dir alles, was du finden kannst, zufälligerweise. Jo, geil. Äh, ich stehe mit euch da oben. Könnt ihr mich... Oh, oh. Ähm. Hallo. Ahaha. Oh, scheiße. Was tue ich? Was tue ich? Lass mich vorbei. Ich muss dir mal helfen hier. Tolle Sache. Hilf mir. Höh? Oh. Ich glaube, ich hätte mich dort vorher heilen sollen. Oh. Also, was unprofessionelles, ey. Boah. So, wollen wir hier den Partner meint? Machen wir hier kurz mal in der Pause und ihr seht uns dann gleich lebend wieder, hoffen wir jedenfalls. Nicht gleich, sondern im nächsten Part. Ja, doch. Ist ja gleich. Die gucken sich alles hintereinander weg an, weil sie so sichtig sind. Genau. Aber es kommt doch nur jeden Tag im Part. Oder lädst du alle hintereinander hoch. An einem Tag alles bang. Boah. Guckt es euch an. Guckt es euch an, Mann. Der nächste Part kommt erst, wenn alle Videos 200 Klicks haben. Genau. So. Abdates davon. Nein. Okay. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Day to里- Hey. I'll see you later. Bye-bye. Bye-bye. Could you happen to read? Bye-bye. Bye-bye. , bi-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.